Stani sagt ihr looted alles ins Toilty Springs und haut alles kaputt alles kaputt machen go Stani sagt alle jetzt in die Reihe stellen los 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 Stani sagt alle durch die Reihe alle hier in die Reihe stellen Stani sagt alle hier auf den Strich stellen los 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 Stani sagt alle hier auf den Strich stellen ist da oben ein Strich oder was hier go 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 drauf. Hier auf den Strich. Stani sagt, alle auf den Strich. Oha. Du mit dem OG Ghoul Trooper. Du fühlst dich wohl so, als würdest du das hier gewinnen, ne? Aha, okay. Stani sagt, ihr droppt alles, was ihr im Etat habt. Alles droppen hier. Ja, Baby. Oh, yes. Das tut dem Papa gut. Und das schmeckt richtig lecker. So, Kinders. Wir werden jetzt hier richtig wilde Sau spielen, ja? Wir spielen hier nämlich. Stani sagt Hardcore. Das heißt, oh, das Auto-Aim kickt so rein, Digga. Oh. Okay, Stani sagt, alle zu mir gucken. Stani sagt, ducken. Ich hoffe, ihr wisst alle, wie Stani sagt, funktioniert. Wenn ich sage, Stani sagt, müsst ihr den Befehl ausführen. Wenn ich nix sage, müsst ihr den Befehl nicht ausführen, okay? Ihr habt's gecheckt, ne? Wer hier rumalbert oder sonst was, wird direkt rausgehauen. Wer möchte rumalbern, der steht auf. Jetzt kann sich noch gemeldet werden. Du willst. Möchte noch jemand rumalbern? Aufstehen. Ja, du kannst als Geist zugucken. Peter Lustig sagt aufstehen. Peter Lustig sagt aufstehen. Standard-Skill sagt aufstehen. Leute. Die spielen Stani sagt und nicht Standard-Skill sagt, oder? Merkt ihr selber, wie doof ihr seid, ne? Digga. Ich sag dir ganz ehrlich. Drei. Zwei. Eins. Hinsetzen. Stani sagt hinsetzen. Hallo. So. I cry, Max sagt, alle kommen zu mir. Okay, komm mit. Aufstehen. Stani sagt, folgt mir. Und schön im Entengang. Schön hier hintereinander. Und, warte mal, sollt ihr da oben stehen bleiben? Bleibt da oben stehen. Stani sagt oben stehen bleiben. So. Wir spielen jetzt ein Spiel. Und zwar, ich werde das zu einem Moment zumachen, das Loch. Ja. Wo ihr nicht mit rechnen werdet. Und derjenige, der auf dem Loch stehen bleibt, hat verloren. Ihr müsst das richtige Timing finden. Okay. Seid ihr bereit? Springt jetzt im richtigen Timing, so wie ihr denkt, das ist richtig. Okay? Ihr müsst durch das Loch springen. Ah, habe ich zugemacht, ne? Stani sagt, ihr müsst jetzt durch das Loch im richtigen Timing springen, okay? So, stopp, 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 hier, Loch zu. So, da sind schon die ersten raus hier. Tja. Herkommen. Wo ist der Typ? Klaus Kleber, du bist raus. Ja, macht eure Musikschule da hinten. Stani sagt, ihr müsst wieder das richtige Timing finden. Wann ist das Loch auf? Wann ist das Loch zu? Das ist die Frage. Wann ist das Loch offen? Oh, der erste ist durchgesprungen. Oha! Schade. Schade. Oha! Na? Wer traut sich? Hä? Verarscht. Banane ist leider raus. Aha! Digga, der Arme, der hat die ganze Zeit gewartet. Einfach raus. Rocco, raus. Banane, raus. So sind noch welche oben? haben alle geschafft. Habt ihr ja gut gemacht. Sind ja nur ein paar rausgeflogen. Stani sagt, alle tanzen! Wuhuuu! Okay. Stani sagt, alle killen die Geister! Los! Los! Okay, Stani sagt, kommt alle zu mir. Stani sagt, kommt alle zu mir. Hallo! Hallo ihr Rentner! Kommt alle hinterher! So! Jetzt wird es weitergehen hier. Komm mal her hier! Komm mal her hier, Kollege! Komm mal her hier! Oh, das ist auch mal ein schneller Geist! Stani sagt, stellt euch alle auf das Haus hier vor mir! Alle auf das Haus rauf! Kommt! Go, go, go! Let's go! alle auf das Haus raus! So! Und jetzt, wenn ich sage... Pass auf, ne? Also, Leute, ich werde das jetzt wie folgt machen, ne? Ich werde sagen, ihr sollt runterspringen. Ja, geh noch rauf. Ich sage, ihr sollt runterspringen und der Letzte, der runtergesprungen ist vom Haus, wird gekillt, okay? Habt ihr verstanden, ne? Also, runterspringen! I cry, Max sagt, runterspringen! Schade, ihr habt Glück gehabt! Ihr habt Glück gehabt! Ihr habt Glück gehabt! So, ich baue euch ein neues Haus! Hier! Geht aufs Haus rauf! Geht da rauf! Stanni sagt, alle aufs Haus rauf hier! Go, go, go! Komm, hier, geh rauf! Okay! Und! Runterspringen! Jetzt! Runterspringen! Denkt dran, der Letzte wird gekillt, Leute, ne? Der Letzte wird gekillt! Ah, schade, ich hätte ihn ja fast gehabt! Ich hätte was gehabt! Okay, Stanni sagt, tanzen! Stanni sagt, aufhören! Stanni sagt, Stanni sagt, ducken! Aha! Aha! Aufstehen! schade! Hey! Stanni sagt! Nix! Okay, runterspringen! Das hat ja so gut, ihr wart fast unten, ne? Ihr wart fast unten! Stanni sagt, runterspringen! Ah, ich habe nicht gesehen, wer der Letzte war, ihr habt Glück gehabt, komm mit! Stanni sagt, folgt mir! Stanni sagt, alle auf Fußballplatz, schnell! Ne, nicht alle auf Fußballplatz, ey! Oh mein Gott, alle in die Zone, Stanni sagt, folgt mir! Schnell! Stanni sagt, alle auf den Zaun stellen! Stanni sagt, alle auf den Zaun, schnell! Schnell! Alle auf die Zaun, dann sagt, los, 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 los! Stanni sagt, runterspringen! Stanni sagt, auf die Zaun springen! jetzt geht es hier auf und ab dicker der langsamste wird gekillt stanni obwohl ich glaube das auto hat sich runter springt runter springen dann dieser kotter springt dann direkt auf den zaun rauf denkt der langsamste wird jetzt gekickt runter springen ein krank sagt runter springen paulo pumann runter springen lustiger panther runter springen stanni sagt drucken stand direkt aufstehen runter springen tanzen stand der kotter springen stand dieser kotter springt hoch springt er schießt da ja ihr seid mir zu krass hier okay wer will mein gehilfe sein kommt her jetzt schnell springt stanni sagt hoch springt tanzen stanni sagt springt ich habe nicht runter springen gesagt und damit ist der gewinner let's go geil leute